wir richten den server ein heute wird paar neue ja ich mache ein server neu da wollte es ja er hat bestellt für fünf euro also freunde da fangen wir jetzt an mit dieses video da schreibe ich noch kurz die manche leute ja aber meine finger will knacken aber ich kann es nicht machen ich will nicht im chat schreibe ich will jetzt anfangen hmm klatsch oh man die bot der nervt jetzt hatte ich meine dir der bot der hat genervt naja im spiel ich fange jetzt einfach an so hell türkis also die erste rollen sind fertig ich kann mir jetzt gut ach ich fange einfach jetzt an warte gibt es auch eine live rolle wenn jemand live ist was das bekommt mann 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 ja die regel lassen wir es so live ja was wollte ich jetzt für namen hinschreiben mann ich wollte doch hin was hinschreiben das dürfte keiner bearbeiten dürfen können warte wenn dann machen wir es ordentlich leider so das ist schon mal neu das ist alles so warte oh mann ich kann nicht mehr twitch schreiben neuer 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 jährdings warte ich muss so Sorry. Okay, der Ping macht keiner. Der Ping macht keiner. Oh, ey. Alter Junge, jetzt sagen sie auch, dass ich mir die Rollen wegnehmen soll. Okay, dass sie zufrieden sind. Besser. So, jetzt mache ich weiter. Live auf Twitch und das wollte ich jetzt bearbeiten. Hm, das wird eher selten jetzt kommen. Dass wir hier live sind. Yes! Yes! You... 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 Freunde, Freunde, Freunde... You... Das können... This... Spannende... Ich... ... Das wäre impairst du. uck... So, kai Warte Junge, die verstehen es doch einfach nicht Oh man, ich sag nichts mehr Wen wollte ich noch hinzufügen? Live auf YouTube Wie heißt das Simulator Mikey? 0815 Na, ich mach nur Werbung für dich Keine Sorge Warte, dann mach ich lieber die Kanäle neu Äh, ups Ups Das werde ich alles auf einmal bearbeiten können Berechtigung Everyone Kanäle Sinn Ja Nein Nein Ja Nein No Teamleitung Ja Nein 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 Einladung Konzenten Nachricht auch nicht Also ist ja alles klar Auch member Dass man die Kalina aufsehen auch kann Muss ich dann nur auf meinen gucken 0815 0815 Hoffentlich habe ich es dann Ja podcast lassen wir so server team hat das dies lief entweder du hältst an oder pausierst das spiel gut ist es abgelände holland oder wie das meist hoffentlich sehen die einige veränderung die leute lecker lecker was um na ups erfolge Legende Rul Absolut die Regen Ups Ups Ich białe Untertitelung des ZDF YouTube Sorry Freunde Ankündigung Ich wende Ankündigung Morgen geht es weiter Hoffentlich Morgen gibt es jeden Tag ein Update Lasst ein Abo da Und wir sehen uns Morgen wieder Das Server wird neu aufgepumpt Dass jeder dann Ja normal sein kann Channels wird morgen erstellt Also Cess Cess Ah warte Leute Ich habe noch was vergessen Also doch noch nicht Cess Hätte ich fast vergessen Stimmt's Alex? Na alles Hochladen YouTube Und das kommt dann auch gleich drunter Na wichtig Hochladen für YouTube Oh Stefan ist wieder da Achso Seitdem ich aufnehme Oder wie Ah cool Stefan So cool Video hochladen Also upload Also upload Warte Warte Mh Ähm Wie Tja upload Zum klaren Aber Aber kann ich ja Fenster wechseln Doch geht Huch Gedanke Ne Warte Den Bot Nehm ich Nicht Wegen Bot Nehm ich Oh verdammt Ich habe den Bot Vergessen Muss kurz auf den Server Gucken Was ich nehme Für den Bot Aufnahme Sophie Hallo Sophie Seite besuchen Also Leute Das ist keine Werbung Oder sonst was Ist auch nicht hier Talentiert Hoffentlich seht ihr das noch alles Leute Wie ich das mache Oh Wir schaffen auch alles Leute Die coolen Wie heißt das aber Die coolen Wahrscheinlich Ja Bin da Junge Nur kriegst du nicht Ist ausverkauft Aber So Freunde Wir sind hier angekommen Wir gehen auf Generell settings War leider Falsch Nenite Da braucht ich Sternchenrolle Und die Botrolle P.O.T. Bot Aber das läuft Dann nach meinem Plan Äh Join the Rolle Shows Media Andere Kanäle Zufügen Nein Das war schon Richtige Oh man Lust Live Live Of Twitch Mal gucken welche Rolle Mitglied Ja Leute Das haben wir Gespeichert Yes Paluten Brauchen wir Nicht Ach ne Wir wollen die Leute Nicht zuspammen Ey Hat er das jetzt Ja Gut Freunde Das ist jetzt auch Allerdings So Freunde Ich würde sagen Ich beende jetzt mal Dieses Video Lasst ein Like Ein Abo Jetzt habe ich Was ich wollte Aber ich Stell kurz Hier ein Dass auch Mit Warte Mit Member Hatte ich doch Richtig gehabt Einladung Erstellen Habe ich Senden Nein Zack So Freunde Tschüss 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 Tschüss